Gut, dann läuft die Aufnahme 8 bis ich wollte noch hinlaufen. Habe ich jetzt wieder vergessen. Aha. Tja, wenn du hier mit so einem sinnlosen Zeug beschäftigt bist, ja, also. Es nennt sich Essen. Ne, das meinte ich nicht. Ist aber auch egal. So. Jetzt gehen wir in Chaos. Haben wir jetzt die Spieler eigentlich richtig? Strick, Trick. Ja, haben wir. Da ich steuere, haben wir sie richtig. Dann geht's mal los, ja. Ach, du Heilige. Äh, wow. Ja, du warst sehr gut. Oh, mein Glas ist umgefallen. War das voll? Ja, toll. Egal. Jetzt wird gespielt. Müsst ihr kurz sauber machen? Nein, nein, nein. Es war doch nicht voll. Es war eigentlich nur... Ach, das ist die Welt, okay. Ja. Ich versuche hier mal, das Äquivalent zum Game Boy zu erraten. Ah, das gab ein Game Boy-Ware, das ist auch böse Level. Ja, bapapapapapa. Mit dieser Schnur, die sich jetzt bewegt. Genau. Ja, und diese rollen, den Drecksviecher. Oh je Wie schnell ist das? Okay, das geht eigentlich Nein, 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 du nicht Oh, die Nerven Moment, hab ich da was gesehen? Wo hast du's sehen, Horst? Ach, das Hab ich doch was gesehen Wo hast du's sehen, Horst? Okay Okay, das ist einfach, weil Es ist ja Nichts an Gegnern da Einfach nur einsammeln Und das war's Ja, da ist voll die Schnur Scheiße, da fehlt einer Wo ist denn der? Ach, da Verdammt Verdammt So Und ich hab natürlich Jetzt wieder die Zeit Am Handy nicht gestanden Ja Hab ich mir jetzt so erschrocken Dass ich die Zeit nicht gestanden hab Dass ich direkt mal sterbe Das macht Sinn Oh Mann Weiter im Programm Oh Oh, hey Hallo So Na Hallöchen Guck mal Cool, hä? Absolut Absolut super Absolut super Ich bin begeistert Wo du bist weitergekommen Als beim letzten Mal Yay Meisterleistung Warte mal Ich muss mal kurz was gucken Ja Ja, Nico Das musste sein Alleine schon Weil du dich vor der Aufnahme Sondern drüber aufgeregt hast Oh Mann, ey Ja, Nico meint unbedingt Einen Penis schreiben zu müssen im Chat Ja, ich wollte den eigentlich nicht unbedingt schreiben Aber dann Wo Colin dann so reagiert hat Oh nein, das müssen wir rausschneiden Ja, sowas gehört nicht ins Let's Play einfach rein Da muss es jetzt sein Einfach nur Ja, das war klar Einfach nur just for the noise So 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 Ja So Und so Und so Und so Geh weg Kommt der hier hoch? Ne Nein, nein, der geht nicht hoch Ah, jetzt sind wir weiter Gut Midwaypoint wär jetzt cool Äh, du kannst ja sohn rot noch bis zum Midwaypoint Und dann Ich bin ja noch Wir haben ja noch Äh, ja Ich hab ja dich noch Das war ja jetzt einer Das war ganz gut gelaufen eigentlich Ja Das Das kann man ja jetzt eigentlich erschaffen Jawoll Siehste, siehste, siehste Achso, jetzt geht in die andere Richtung Ah, okay Geht das jetzt auch in die andere Richtung? Nein, das ist jetzt nicht mehr Oh, wei, da muss ich aufpassen Das sieht man gar nicht richtig, ne? Nicht wirklich Aber es geht Also man sieht's schon Aber wenn man jetzt in Actionrad ist Von einem zum anderen Spielt Ja, dann sieht man's nicht wirklich Das hast du dir gedacht Okay, okay, okay Hilfe Das war rot Moment, kann ich über die drüber? Ne, du musst runter Wahrscheinlich Ja, so soll man's zumindest machen Ja, so soll man's zumindest machen Und da sind so cool Sagen wir's so Sehr gut Also in Mario mit Safe States Yeah Ansonsten Das wird ja immer lamer jetzt Wieso? Na, Safe States Nur wenn ein Gimmick den Sinn hat Dass es mit Safe States zu spielen ist Dann ist das ja irgendwie schon lame Wenn es sonst kein gutes Gimmick ist Nein, aber Du spielst doch auch SMW-Hacks mit Safe States Als wenn du jetzt Ja, natürlich Aber weil du hast doch Ne, wie hast du's ausgedrückt? Na, in Don Na, mir gefällt das Gimmick auch hier Nur mir gefällt's nicht Wie es umgesetzt ist Weil es so scheiße schwer ist Achso, ja Also eigentlich gefällt mir auch das Eigentlich gefällt mir auch die Umsetzung Aber halt Ein Teil von mir sagt Es gefällt mir Und ein anderer nicht Weißt du wie? Ja, ich versteh alles Du verstehst es doch, oder? Teilweise Ich meine, das ist gut Das Level Aber es ist Aber da war bestimmt Das Bonusfass Ja, das können wir jetzt nachgucken Wir müssen nur aufpassen Wenn wir null Leben haben Würde ich erstmal kurz speichern gehen Weil wir die Bonusmünze haben am Anfang Die war zwar nicht so schwer Aber Was man hat, hat man So Wir machen dann auch mal einen kleinen Schnitt Der Schnitt ist übrigens schon erfolgt Nee, Spaß Genau Ach, verdammt Aber kommt der gleich wieder Doppelkaufass Ja Nicht, wenn ich sterbe Dann kommt's nicht Nicht, wenn du stirbst Dann sehen wir uns gleich wieder Wir gehen kurz speichern Und da sind wir wieder Hallo Und müssen noch ein Stück schwimmen So Ach, und jetzt ist die Handyzeit weitergelaufen Jetzt weiß ich natürlich erst recht nicht mehr Wie weit das Video ist Naja, egal Wann soll's Meine Oma ist ein Kremling Ja, Nico Sag mal, so spät ist doch gar nicht Wieso machst du hier schon wieder so Wunderweil Weiß nicht, das war doch jetzt nicht Wege spät Das war, ich bin bei vollem Bewusstsein Ja, das macht die Sache nur schlimmer Wieso? Ich kann doch nichts dafür, dass meine Oma ein Kremling ist Willst du sie deswegen etwa ausgrenzen? Natürlich Willst du sie deswegen etwa ausgrenzen oder wie? Also das ist ja wohl unerhört Du kannst doch nicht Wenn sie ein Kremling wäre, würde ich sie ausgrenzen, ja Du kannst doch nicht einfach Ach, verdammt Und wenn du ein Kremling als Schüler hast Grenzt du den dann auch aus? Kriegt der dann nur sechs Ach, Nico Was labern sie denn wieder für Zeug? So ist es nämlich Meine Güte Ja, du musst sowas doch als Lehrer tolerieren Und wenn da ein Kremling ist und kein K. Rool Dann musst du das halt akzeptieren Ja Ich meine, der hat ja auch irgendwo gelernt, wie er liest und so, ne Ich meine, ja 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 Natürlich Und wie er Integrale ausrechnet Ach, müssen wir jetzt nochmal bis zur Hälfte spielen, oder? Ja Scheiße Der hat ja auch irgendwo mal gelernt, wie er Integrale ausrechnet Und alles Glaube ich eher nicht Ja, woher willst du das denn wissen? Aber er ist nicht so doof Das ist, wieso doof? Wobei, der hat ja Roboter gebaut und lauter Scheiß Ja, ne Ich meine, doof ist ja nicht Und, äh, ich meine Also wenn wir jetzt von dem hier reden, nicht von K. K. Rool K. K. Rool hat keine Roboter gebaut Ah, aber ich meine jetzt den hier Aber hier der Ruhl-Stein Ja, ich meine Ja, ich meine, der Ach, verdammt, der Mist Er hatte auch irgendwo gelernt, Integrale auszurechnen Nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht Und wo denn, wenn ich bei dir, Conan? Bei mir nicht Ja, aber bei deinen Bei, bei Du bist Conan 2, ist ja schon vorher ein Natürlich Der hat genau das gleiche gemacht, nur vor Konzentrierte lieber mal ein bisschen auf Spielen, Nico Das wäre wesentlich sinnvoller Ich finde so viele gerade sinnvolle Sachen Nee, das ist wirklich nicht sinnvoll Also, das ist ungefähr so sinnvoll Guck mal, wenn du so einen Größen redest, da kannst du auch nicht gut spielen bei Also, ich finde das ungefähr so sinnvoll Und ich brauche dich hier als guten Spieler, sonst kommen wir überhaupt nicht voran Okay, trotzdem, ich finde das hier genauso sinnvoll wie das, was wir in Ethik philosophieren Also, das muss man Ja, gut, das mag vergleichbar sein Ja, also, äh, können wir das auch als Philosophieren durchgehen lassen Ja, aber das brauchen wir jetzt nicht Ja, das ist, es gibt bestimmt Leute, die das nicht interessiert Ja Mit Sicherheit Also, es gibt Leute, die das interessiert, aber nicht welche, die hier zugucken Aber das ist auch egal, weil es könnte ja sein, du bist in drei Jahren Bist du ein Let's Player, so einer mit 50.000 Abonnenten Und dann gucken welche das Let's Play nach Und da ist bestimmt einer dabei, der das interessiert Oh je Ich fänd's besser, wenn wir mal ein bisschen vorankommen würden Wieso, so geht das in's Play länger, da verdienst du mehr Geld Ja Ja Wir sind doch alle geldgeiler Ich will ja nicht, äh, Parts aufnehmen und 3.000 Jahre in demselben Level hängen Das ist nicht das in der Sache Wieso nicht? Da hast du mehr Klicks, mehr Videos Hast du deine 2.000 Videos schneller, jetzt wo du deine 1.000 schon hast Ja Ne? Ich will ja nicht viele Videos, ich will ja Videos, in denen es vorangeht Sicher? Ja Und du kannst einen großen Beitrag dazu leisten Aber bei so einem spaßigen Projekt, da will man doch, dass das Projekt nie endet Okay, ich sollte definitiv mehr reden, äh, mehr spielen Nein Nein, solltest du nicht Ahhhh Alter Ich mein, ah Ach wieso, wir sind doch hier nicht öfter im Kanal, sondern auf meinem, äh, ah Ja Natürlich Wow Ne, jetzt mal ein bisschen mehr Kontrolle hier Konzentration Und wenn du mir nicht zulaberst, dann kann ich mich auch konzentrieren Ohne jetzt die Schuld auf dich schieben zu wollen Ach Mist Aber jetzt wieder selbst schuld Hm, mit was könnte ich die schönen Zulaber? Nein, du laberst mich jetzt nicht zu Du konzentrierst dich jetzt ein bisschen aufs Spiel Pass auf, ich, 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 ich komme jetzt ganz weit Ja, bis zur Midway, bitte Obwohl es natürlich schwer ist, jetzt von hier aus bis zur Mitte zu kommen mit einem Affen Das sehe ich auch Puh Ach man, ich habe gedacht, ich schaffe es jetzt wirklich Siehst du, es ist auch nichts, da kann ich auch reden, ob ich nun hier sterbe oder eher Ja, ist eine blöde Stelle Ach man, wir waren schon in der Mitte, verdammt Ja, jetzt haben wir noch ein Leben, jetzt bringt es fast eh nichts mehr Na doch, wenn wir es schaffen, klar Bis in der Mitte und dann sterben und dann wieder alles machen Ja, aber es leckt auch gerade ein bisschen komisch Weiß auch nicht, warum Ja, ja, schieb es auf die Lecks Na, leckt es bei dir nicht? Ne Also nicht schlimmer als sonst Es leckt immer bei Netplay, aber Ne, ich finde es leckt ein bisschen mehr als sonst Was war das denn? Ich glaube, es liegt daran, weil ich mit der Nyla bin Ja Oh Mann, wir haben bestimmt schon, ach Gott 10 Minuten oder so, hängen wir schon in diesem Scheiß Fuck Fuck Puh Wow Okay Das ist dieses, ach verdammt, ist dieses, wenn man Parts aufnehmen will, unbedingt einige und dann klappt das nicht Das ist dann ärgerlich Ach, einige Parts, das schaffen wir Also das einige Ja, einige sinnvolle Parts, natürlich Ja Also das mit dem einige Parts, das ist gerade dann kein Problem Ja, das nicht Wenn man total Bock aufs Spiel hat, dann braucht man nicht so viele Parts Dann ist das Projekt schon vorbei Da brauchst du nicht hin, da brauchst du nicht hin, da brauchst du nicht hin Hast recht Stirb Oh Gott Ne, aber du hast doch schon unterrichtet mal, oder? Pass auf, wir machen das jetzt anders Wir sehen uns wieder, wenn wir in der Hälfte gewesen sind Okay Den Rest bis dahin, das zeige ich jetzt nicht mehr Ja, ich kann die Aufnahme wieder starten Dann mach Wir sind am Midway Hab ich schon, hab ich schon Nico Ah, okay Was? Würdest du bitte den Midway aktivieren, bevor du mich noch verrückt machst? Ja! Alter Oh Gott Das ist echt so ein richtiger Fail-Part hier Da rennt das wie Oh mein Gott So, dann versuche ich das jetzt wieder in ein anderes Niveau zu heben Alter Da ist es Ich kann nicht mehr Oh Gott, ne So, jetzt guck ich dir wieder zu Ja Was war daran jetzt eigentlich so lustig? Nix Du bist nur wieder total aufgedreht und keine Ahnung Ja, dabei hab ich doch gar nichts getrunken Ja, eben Das verstehe ich nicht Ach, Mist Runter Runter Ah Und Kommt ja noch Ich glaub der Part heißt einfach aufgedrehtes Deppel oder ich weiß es nicht Ja, da bin ich in letzter Zeit komplett Scheiße Das bist du echt, ja, wenn man den aktuellen Parts anguckt Ja, woran das wohl liegen mag das Alter Ja Du weißt, woran es liegt Nee Nee Nee, 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 weißt du nicht, hast recht Ich bin halt gut gelaunt So, so bin ich Ja, ja Super Ja Du spielst also schlecht, wenn du gut gelaunt bist Nee, das meine ich nicht, aber mit dem aufgedreht sein meine ich Achso, ja, naja Eieieieieieieiei Und, äh, ich mein, jeder ist doch ein bisschen aufgedreht, wenn er gut gelaunt ist und ich bin schon so aufgedreht und dann muss er Ach verdammt und ich mach hier schon wieder denselben Fehler Da, da muss ja dann irgendwie ein... Und, oh. Was? Wo war das denn jetzt? Das war da oben im Baum. Lol. Das ist ja cool. Guck mal, wo du bist. Gut, dann haben wir die zweite Bonusmünze auch gefunden. Cool, hä? Fuck, 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 fuck. Springen. Nein. Ja. Ja. Ich schaff das nicht mal. Noch ist drin, noch ist drin. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt gleich nicht mehr. Ja. Runter. Ja. Oh, das wird eng. Ne, leider nicht. Aber kannst du noch mal rein dann. Fast. Aber wo war das jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Das war hier oben. Weil ich gerade Facepalm gemacht hab, ne Runde. Guck mal, hier oben sieht man ein bisschen was drin. Ah, okay, dann flieg mal rein. Siehst du, hier ist irgendwas. Ah, cool. Hätte ich nie gefunden. Ich hab das auch gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, dass da ein Bonus ist oder so. Hätte ich nie gefunden, das Ding. Da wär irgendwas, äh, silbernes, äh, goldenes gewesen. Nicht ganz. Naja, dann bekommen wir in dem Part zumindest die beiden Bonusmünzen schon mal von dem Level, wenn wir auch das Level natürlich noch nicht schaffen. Ja, wer weiß, vielleicht schaff ich's ja dann gleich. Ah, das wär schön. Das wär cool, hä? Siehst du, jetzt wo ich mich konzentriere, müssen wir ein bisschen aufgeregt sein, sonst haben wir weniger Parts. Ah, oh Gott, ich schaff's nicht. War sogar schlechter als vorhin. Ja, willst du das machen? Guck mal, ob du von dem anderen auch reinspringen kannst, von dem da. Ich glaube nämlich, ja. Ist weniger gefährlich. Ja. Oh Gott, der Bonus kotzt mir ja jetzt schon an. Wo ist er da gleich wieder? Springen und runter. Jawohl. Und sehr gut und runter hoch. Sehr gut und runter. Und springen. Cool wär, wenn sie alle auf einer Stelle sporen. Ja. Das sieht gut aus bisher. Und springen und runter. Jawohl. 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 Ja. Oh. Oh Mann, ich will das schaffen. Willst du das machen? Ich kann's probieren. Einmal mach ich noch. Ah, dann sieht man deinen Penis wieder. Also, oh Gott. Den Chat auf. Verdammt. Wo hat man den denn schon? Ah, was? Was? Oh. 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 Was für ein scheiß Satz, ey. Oh Mann. Oh Gott, ey. Und das in der Aufnahme. Ich fass's nicht. Seht nochmals, Colin, ihr von Mist erzählt, ja. Also, so labert er die ganze Zeit, wenn wir nicht aufgehen. Ja, ja, gar nicht. Oh Mann. Ja, ne, also, ja. Also, ja. Hier guckt, da. Ja. Ja, so sieht das aus. So, jetzt habt ihr's gesehen. Ne, Spaß. So, ne, okay, jetzt reicht's. Hopp, und hopp. Jetzt bin ich gespannt. Hopp, und nein, nein, nein. Nein, runter. Nein. Das sieht man wieder an. Halt die Klappe. Das ist schon peinlich genug, Mann. Nein. Da war ich doch richtig. Da bin ich auch gut. Ja. Ja. Nein. Nein. Oh, verdammt, war das knapp. Ja. Alter. Willst du wieder weitermachen? Ja, schon. Ja. Ich will nämlich nicht. Hör, du bist ja ein Bein. Ach so. Ja. Alter, war das knapp. Boah, das war aber assig. Guck mal, du bist wieder da. Yeah. So, komm, jetzt schaffen wir das Level auch noch und dann ist der Part doch noch einigermaßen versöhnlich. Akzeptiert. Akzeptiert. Oh, was für ein scheiß Satz das war, ey. Fuh. Ja, Fuh war auch ein scheiß Satz, aber nicht so scheiß. Aber nicht so scheiß, wie das, was ich davor gesagt hab. Oh, Mann. Ich meine, wenn ich das gesagt hätte, dann wäre das schlimmer. Wenn ich das sag, dann ist das ja noch so. Aber wenn ich, weißt du, wenn du dann nur den Satz hörst, dann... Ja. Das stimmt. Nee, aber das, nee. Und wir haben alle Bonusfresser gefunden, das ist doch schon mal super. Ja. Ich würde sagen, ich bende den Partys an der Stelle und wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Und ich sag, tschüss. Tschau.